Am Ende eines langen Fernsehwochenendes hier, liebe Zuschauer, ein Blick in unser Programm vom heutigen Montag. Es beginnt, wie gewohnt, um 6 Uhr mit dem Frühstücksfernsehen. Hier gibt es einiges vom Sport am Wochenende zu berichten. Außerdem ist ein Klimaforscher zu Gast im Studio, der den frühlingshaften Temperaturen auf den Grund geht. Und in aller Frühe gibt es auch schon was zu gewinnen. Um ganze 4000 Mark geht es im Superball. Heute Abend geht es dann gleich um Haus und Hof bei den Björndals und der Bauernschlauen Verwandtschaft.